Hallo, hier ist Liga 2004 mit einem neuen Video. Wir haben leider ganz, ganz schlechte News aus Katar von der WM bekommen. Lucas Hernandez hat sich gestern beim ersten Spiel der französischen Nationalmannschaft bei der WM gegen Australien, sich schon in der neunten Minute verletzt. Er wurde dann auf dem Platz behandelt, dann relativ zügig nach zwei, drei Minuten Behandlung vom Platz getragen, hat ein sehr, sehr schmerzverzerrtes Gesicht. Didier Deschamps, der Nationaltrainer von Frankreich, hat nach dem Spiel auch schon angedeutet, dass es was Ernsteres ist, da war die Diagnose noch nicht klar. Jetzt ist sie allerdings bekannt, Kreuzbandriss für Lucas Hernandez. Gute, gute Besserung, man, absolut scheiße, immer wieder verletzungsgeplagt, der man so gut letzte Saison gespielt, richtig stark auch diese Saison da weitergemacht, nach dem Barca-Spiel in der Champions League, dem Hinspiel schon verletzt, angeschlagen gewesen. Jetzt passend zur WM wieder fit gewesen, ich glaube vor zwei Wochen, das soll ich sein, Comeback gegeben. Jetzt direkt ein Kreuzbandriss, eine richtig fette Verletzung. Das Schlimme daran auf jeden Fall ist, dass er nicht nur die WM verpasst, nicht nur irgendwie jetzt noch dieses Kalenderjahr, sondern, oder nicht nur diese Saison, sondern es kann tatsächlich sein, dass er neun bis zwölf Monate damit ausfällt mit diesem Kreuzbandriss, ich glaube es ist das linke Knie. Ganz, ganz übel, jetzt der zweite Langzeitverletzte beim FC Bayern München natürlich schon nach Sadio Mane, der zwei bis drei Monate ausfallen wird. Das ist ordentliches Kaliber, was hier jetzt fehlen wird, tut natürlich wirklich richtig, richtig weh. Gute, gute Besserung an Lucas Hernandez an der Stelle. So ein geiler Spieler, ein Mentalitätsmonster, so ein Fighter, wünscht man keinem, tut mir echt leid für ihn, weil seine ganze Karriere einfach beim FC Bayern wirklich mit Verletzung immer wieder geplagt ist. Das, ach, das tut mir so leid. Noch gestern, als ich das, ich hab's nicht live gesehen, nur gelesen, dann im Ticker irgendwie, das tat mir auch einfach wirklich schon so, so weh und so, so leid für ihn. Ähm, das hat allerdings auch tatsächlich einige Auswirkungen auf den FC Bayern München. Jetzt haben wir Upa Meccano und Matthijs de Ligt als beide Stamm-Innenverteidiger. Für die Rotation natürlich Pavard dann immer wieder gefragt in der Innenverteidigung. Pavard spielt lieber die zentrale Position. Ähm, allerdings ist es nicht ganz klar, ob Pavard den Verein vielleicht im Sommer verlassen möchte, möglicherweise auch in Richtung Real Madrid. Das heißt, äh, da gibt's, ist das definitiv entscheidend, wo Pavard dann eingesetzt wird, wie sehr da immer rotiert wird dann, weil auch hier wieder in der Rückrunde viele Spieler dem FC Bayern noch vor der Brust stehen werden. Das wird ja hoffentlich eine sehr, sehr lange Saison. Ähm, das muss dann alles noch geguckt werden. Auf jeden Fall gute, gute Besserung an Lucas Hernandez. Ich hoffe, er hat eine schnelle und gute Genesung. Es tut mir so leid für ihn auch beim ersten Spiel der Weltmeisterschaft. Es ist so ein geiler Spieler, so ein geiler Fighter. Jetzt fällt er aus. Leute wünschen mir in den Kommentaren alle eine gute Besserung. Kleine Sache jetzt hier noch am Ende. Und zwar, ähm, streame ich nachher in Deutschland doch die zweite Halbzeit. Mein Sportunerricht fällt aus. Erste Halbzeit sitze ich leider noch in meinem Mathe-Kurs. Deswegen, ähm, ab 14.45 vielleicht schon ein paar Minütchen früher. 14.50 ist das Stream auf jeden Fall eingestellt. Ähm, wird es dann losgehen. Das ist dann passend zur Halbzeit, dass wir dann noch die ganze zweite Halbzeit angucken können. Seid da dabei, Leute. Ich wünsche Ihnen dann das eine gute Besserung. Abonniere diesen Kanal, um keine Bayern-News mehr zu verpassen. Das war's von mir. Hau rein. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.